Als Teil der Karpatenautobahn A1 der Verbindung Europas mit dem Schwarzen Meer ist die Sibiu-Brücke ein wichtiger Baustein der europäischen Infrastruktur. Die im Freivorbau mit Vorschubrüstung gebaute Brücke hat eine Gesamtlänge von 651 Metern und wird von 14 mächtigen bis zu 31 Meter hohen zweiteiligen Pfeil angetragen. Im Auftrag von POR Rumänien stellte sich Hünnebeck den vielfältigen Herausforderungen des Projektes. Neben Lösungen für die Fundamente, Pfeiler und Überbau stellten die Hammerköpfe das Team von Hünnebeck Rumänien vor eine schwierige Aufgabe. Aus Kostengründen sollte eine Lösung mit Standardelementen gefunden werden. Auch für die schwierige Ausführung der seitlichen Fahrbahnplatten waren Ideen gefragt. Der Einsatz eines Schalwagens war aus statischen Gründen keine Option. Gemeinsam mit dem internationalen Hünnebeck Expertennetzwerk entwickelte das Team von Hünnebeck Rumänien effiziente und sichere Lösungen für alle Aufgabenstellungen des Kunden. Der Umsetzung vor Ort ging eine intensive Planungsphase voraus. Für die extremen Anforderungen bot sich Mantor an. Das flexible und robuste Wandschalungssystem war ideal für die geforderten Belastungen. Und das effiziente CS240 Kletterfahrgerüst bot eine sichere Arbeitsplattform für die Arbeiten in bis zu 31 Metern Höhe. Für die Hammerköpfe entwickelten die Hünnebeck Schalexperten gemeinsam mit den Brückenkonstrukteuren eine ungewöhnliche Schalkombination aus Traggerüstmaterial, Stahlträgern und den Infra-Kit M-Trägern. Die Lasten der auskragenden Hammerkopfschalung wurden durch Konsolen aus dem Infra-Kit-System in die Brückenpfeiler abgeleitet. Das gewaltige Brückendeck stellte eine besondere Aufgabe dar. Da aus statischen Gründen kein konventioneller Schalwagen genutzt werden konnte, war der Einsatz des konfigurierbaren Freivorbaugerätes unseres Partners Strukturas die passende Lösung. Das Freivorbaugerät wurde exakt auf die Projektanforderungen abgestimmt und konstruiert. Das Projekt wird Ende 2022 abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben. Die präzise Vorplanung, die Sicherheitsschulungen, die weitreichende Vormontage und Konfiguration der vielfältigen und flexiblen Schalungslösungen und die reibungslose Zusammenarbeit des ganzen internationalen Teams auf der Baustelle hat den Bau der Sibio-Brücke zu einem weiteren erfolgreichen, sicheren und effizienten Projekt gemacht. Das Großprojekt war in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Alle bereitgestellten Lösungen und Systeme spielten eine Schlüsselrolle bei der Erreichung unserer Ziele. Die größte Herausforderung war die Ausführung des Talmarzell Viadukts auf der Autobahn Sibio-Petesti, das komplett in Ortbetonbauweise entstanden ist. Mit der Unterstützung von Hüllebeck und seinem Partner Strukturas sind wir stolz auf eine erfolgreiche Arbeit, die sicher und pünktlich abgeschlossen werden konnte. Das Hüllebeck Kompetenzzenter Infrastruktur ist der richtige Partner für die Umsetzung technisch anspruchsvoller Projekte im Infrastrukturbau. Ob Brücken, Tunnel, Staudämme, Schleusen, Wasserbauwerke, Kraftwerke aller Art, Flughäfen, Stadien oder Bahnhöfe. Hüllebeck ist einer der führenden internationalen Hersteller von Schalungen, Gerüsten und Sicherheitstechnik. Als Teil von Brand Safeway greift Hüllebeck dabei auf das globale Expertennetzwerk und umfassende Engineering-Erfahrung zurück. Ob Sanierung oder Neubau, unser internationales Team findet die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anforderungen. Effizient, wirtschaftlich und sicher. Sprechen Sie uns an! Untertitelung des ZDF für funk, 2017